Es tut fast ein bisschen weh, wie der Mops aus seinem verhutzelten Schnäuzchen drausschaut und rein der abgewiesene Liebhaber, Kindsvater, es auch nicht leichter, aber auch nicht schwerer haben als allein erzogene Mütter zum Beispiel am ehemals petrochemischen Standort Schwied. Es tut fast ein bisschen leid, wie ich über die Runden komme, auf mich nicht acht gebe, sondern sieben Meilenstiefle ins Wunschglückliche, Lose, geknüpft an das Kind, dem sein Erzeuger meldet, er habe es gezeuget, kümmern können er sich nicht, leider, da selber Hunger leider. Diese tiefe Sehnsucht nach Glück. Notiz zur Medietheorie. Nicht ich finde die Nachricht, die Nachricht findet mich. Die unerfüllte Sehnsucht. Neuerdings kommt alles auf einen, was man nicht säte, wachsen Apfel, Bäumchen, die man trotz alldem nicht dennoch pflanzte. Neuerdings will auch Facebook wissen, wie's mir geht. Es tut fast ein bisschen gut, wie ich möpsele, rülpse, furze und mir hutzlig aufstößt, was ich war, bin, werde, wurde, würde sein. Zu sehen im TV, was sie in Schwedt, heut kochen, aus dem eigenen, vergorenen Saft und Dämpfung, auch nur mit Wasser.